Applaus für unsere Champions! Total krass, ihr seid die Besten! Alles senkrecht, JT! Komm schon her, du Loser! Ich bin nicht bloß gut, ich seh ja noch gut aus! Jetzt klatscht es mir einmal zu, oder? Ihr hasst dieses Väterf... Meine Herren, ich brauche einen Superathlet, aber schnell, oder? Ein unbesiegbares Kreatür, eine Kampfmaschine, ein echter Killer, oder? Und das hier ist bloß eine kleine Anzahlung, oder? Oh! Oh! 1 1 1 2 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben es geschafft, Herr Dresch. Gegen unseren Apparat hier haben die X-Dux keine Chance. Ja, so. Schauen Sie mal. Also, Extrem 9000. Schnapp doch die Enden! Cool, gut hab ich das gemacht, meine Herren Auto. Ja, ich will dich! Platz mal da rüber, Geeks. JT sieht immer noch gleich kalkig aus. Ja, und er hat einen Toaster dabei. Hey, mach mal eine Flocke, du Blechblöde. Nein, ihr macht Platz. Hey, was soll denn das jetzt? Gut, Bursi. Jetzt schön hingeklupscht, Blechbüchse. Wir zeigen dir mal kurz, wie das geht. Das war schon alles. Bravo, ich denke, ich weiß nicht. Hast du gut gemacht, Burschi. Jetzt gibst du mir einmal den Pokal her, Otto. Mix da, alles meins. Was? Äff mich nicht nach, du. Ah, schön, dann riech mal dran. Hey, JT, dein Junge ist aber ganz schön schnell erwachsen geworden. Hey, Blechkastli, du weißt aber schon, wer von uns die Stromrechnung zahlt, oder? Wer ist tot? Vergiss es. Ist schon gut. Schmecken Sie es. Aus dem Weg. Das kannst du knicken, Blechbüch. Bärti. Aua. Gemein. Oh, blödes Blechbein. Mein lieber 9000, sagen Sie uns, stimmt es, dass Sie planen, bei JT Trash ihre eigene Unterwäschekollektion herauszubringen? Trash ist doch nichts anderes als eine ganz kleine Lusche. Er ist genauso loser wie die Schnabeltiere. Ich bin mein eigener Herr. Hey, ihr Weicheier, ihr geht besser gleich mit. Du bist aber ganz schön unfreundlich. Ja, irgendwann reißen wir dir die Blechbacken auf. Bald krieg ich noch mehr Pokale und Geld und Ruhm und Skateboards umsonst und Weiber und vielleicht sogar ein Lieb. Boah, ist mir schlecht. Dann zeig mal, was du drauf hast. Sperb mal die Glubsche auf, jetzt könnt ihr noch was lernen. Ich bin einfach der Beste. Haha, ich hab alle erwischt. Ich sag doch, ich bin eben schlicht der Allerbeste. Was? Die hatte ich doch schon alle kaputt gemacht. Oh, ich muss mich aufladen. Jetzt kriegst du mal ordentlich Schast, Alter. Wow! Cool! Echt ein kralles Feuerwerk. Hast du das nochmal drauf? Ah, ich bring euch um, ihr Enten, ihr Blöden! Haha, nicht mal bei diesem Spiel hättet ihr eine Chance gegen mich. Hey, von was träumst du denn? Nasenbohrer dürfen nicht mitspielen. Naja, könntet ihr wenigstens dieses ätzende Foto hier abhängen? Nö, du musst lernen, wer hier die Champions sind. Hey!